Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles, ich begrüße dich zurück in der Division 2. Weiter geht's und zwar in der Liga und welche Liga, das sehen wir uns jetzt gemeinsam an. Und zwar hat mit dem heutigen Tag die Belfi Liga begonnen. Hier sehen wir uns gleich mal an, was müssen wir machen. Und zwar hier haben wir die Hauptquartier auf schwer, 14 Minuten die Zielzeit, also für die höchste Bewertung. Weiter geht's mit Regierungsbunker auf schwer, hier 12 Minuten die Zielzeit. Potomac Event Center auf schwer, auf 14 Minuten. Dann haben wir noch dabei Manning National Zoo mit 18 Minuten, auf herausfordern sogar. Bin ich mal gespannt, ob das geht. Schreibt es uns dann in die Kommentare, werde ich mal testen. Aber 18 Minuten National Zoo herausfordern, bin ich echt mal gespannt. Des Weiteren geht's mit erblindete Outcasts. Hier haben wir 250 Stück für die höchste Bewertung. Hier denke ich mal, das wird am besten gehen, wahrscheinlich mit der Fly, also mit dem Blenderwürmchen und so weiter. Hier gibt's doch eindliche Möglichkeiten. Aber ich denke wohl mit dem Blender-Teil wird's wahrscheinlich am einfachsten gehen. Und dann noch die Elite Outcasts. Hier haben wir auch 250 Stück. Das kennen wir eh von der Liga, dass wir hier immer dann dabei haben, wo wir rumlaufen, dass wir hier diese ganzen Elites haben. Wird schon ein bisschen dauert. Vor allem die Erblindeten, glaube ich, werden schon ein bisschen dauern, aber auf jeden Fall schaffbar. Und wenn wir rein sind, was haben wir als Belohnung? Als Allerstes bekommen wir ein Armpatch, den Glockenturm. Und das geht natürlich wie immer nach oben, das kennen wir schon bis zum Exo-Belter. Und hinten einmal Illuminati, einmal das Auge. Also hier diese Belohnungen in der Belfe-Liga. Nächste Woche wird's dann weitergehen und zwar mit dem Wächter-Event hier. Das ist wiederholbar. Sehen wir uns aber trotzdem nächste Woche dann nochmal kurz an. Und sonst, ja, gibt's von mir keine News. Ich warte natürlich, wie's weitergeht mit TU12. Deswegen das Abo beim Charles nicht vergessen, um natürlich am aktuellen Stand zu bleiben. Und somit bin ich für heute auch schon wieder fertig. Kommentare, Like, Abo wie immer gesehen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.